Du warst nicht vorbereitet! Als erstes schauen wir noch Briefe, den einen Brief habe ich bekommen, genau, von Dino Schiami. Wie windest, was nächstes Jahr kommen soll, dass für die EU alle kleinen Kanäle gelöscht werden soll. Wie geht das dann weiter mit deinem Kanal? Vielen Dank für den Brief! Ich schätze mal, du gehst wegen, oder du gehst drauf, oder du meinst, wie heißt er nochmal, Artikel 13? Gut, ich meine, das ergibt sich alles noch mit der Zeit. Einfach mal abwarten. Ich kann ja nach wie vor die Petitionen unterschreiben. Vielleicht hilft es irgendwas, aber ganz so schlimm fällt es im Endeffekt dann hoffentlich auch nicht aus, weil große Konzerne, gerade wie YouTube oder generell Google und Co. werden sich halt schon noch dagegen stemmen. Und das muss ja dann sowieso für jeden quasi EU-Staat nochmal selber festgelegt werden. Das heißt, als nächstes kommt nochmal die Abstimmung, ich glaube irgendwann Dezember oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Dezember war diese nächste Abstimmung und dann kommt ja sowieso, selbst wenn es reinkommt, bis es dann tatsächlich aktiv ist und alles, vergehen nochmal ein paar Jahre. Aber ich meine, scheiße ist es halt trotzdem, aber hilft halt nicht. Ja gut, aber ich meine, kann ich halt auch nichts machen, außer euch zu sagen, dass ihr eventuell nochmal euch die Petition anschaut und da unterschreibt. Aber ja gut, was soll man da großartig kommentieren? Ich bin jetzt kein YouTube-Channel, der sich jetzt irgendwie extrem darauf bezieht und wenn es meinen Channel in irgendeiner Art betrifft, dann ja, hilft es halt nicht, dann mache ich halt wieder was anderes, dann gibt es ja keinen YouTube-Channel mehr von mir. Dann muss ich mir was anderes suchen, gehe ich halt wieder was anderes arbeiten, hilft das nicht. Egal, lustigere Themen und zwar Level Changes. Ich meine, tut mir leid, aber ich will da jetzt wirklich irgendwie keine Ahnung wie viel darüber reden. Haben wir letztens im Stream schon drüber gesprochen. Ich glaube man kann sich sonst einfach die Stream-Wiederholung anschauen vom... Mit, ne vom Sonntag, den Sonntag, den 4. November, kann man sich sonst die Stream-Wiederholung anschauen. Da haben wir das im Livestream drüber gesprochen, aber ja, ich will da jetzt nicht irgendwie zu weit ausrollen. Ansonsten einfach auf anderen deutschen Kanälen reinschauen, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen wie Lev Lloyd oder sonst irgendwelchen Leuten. Da könnt ihr nochmal die Petitionen finden und diese unterschreiben, wenn ihr da dagegen abstimmen wollt. So, was soll ich jetzt sagen? Achso, Level Changes, genau. Mit Patch 8.1, der ja... Oh mein Gott, warte mal, ich habe dieses Ding-Add-On jetzt an. Warte, ich muss es kurz ausstellen, sonst kriege ich hier die ganze Zeit Herzinfarkt. Wie heißt das nochmal? Silver Dragon, genau. Weil Silver Dragon sieht man, glaube ich, auch in den niedrigstufigen Gebieten wieder die ganzen Rare Mobs. Deswegen habe ich mir das eigentlich runtergeladen anstatt NPC-Scannen, nur so als kleiner... What? Die ist halt 110. Nur so als kleiner, kleiner Anreiz. Uh, neue Stiefel. Und zwar mit Patch 8.1, der kommt ja bereits am... Äh, 12? 12. Dezember, glaube ich. 12. war der... 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 Mittwoch, oder? Genau, am 12. Dezember ist der vorzeitige Release. Muss nicht sein, dass er da kommt, aber... Ist halt mal der vorzeitig angekündigte Release. Kann sein, dass er später kommt, kann sein, dass er früher kommt. Kommt drauf an, wie sehr sie bei der Entwicklung Fortschritte machen. Ansonsten, mit diesem Patch haben wir ja auch seit gestern gesehen, dass Level Changes kommen. Und zwar tatsächlich, die EP werden massivst genervt. Also wirklich massivst genervt. Äh, für die Anzahl, was man pro Stufe braucht. Im Bereich von Level 1 bis Level 60, glaube ich, waren so 10 bis 15 Prozent Maximum... Oder bis 5 bis 15 Prozent Maximum pro Level. Warte, ich muss hier nochmal den... den Dialog muten. Äh, das geht eigentlich. Wäre aber nicht nötig gewesen. Weil 1 bis 60 ist komplett fein, meiner Ansicht nach. 60 bis 80 waren die massivsten Nerfs und dachte ich mir auch persönlich, weil ich meine... 60 bis 80 levelt sich so unangenehm. Und bevor sie jetzt hergehen und die ganzen alten Quests fixen, die momentan nicht ordentlich funktionieren. Oder extrem low Drop Rates haben, wo du ewig farmst, etc. Ähm, bevor sie das fixen, wäre es halt einfach gefixt, EP nach unten zu schrauben. Das haben sie gemacht. Der massivste Nerf für EPs von 60 bis 65. Das sind fast die Hälfte, also ich glaube 40 Prozent weniger Erfahrung, was man pro Stufe braucht. Im Allgemeinen 60 bis 80 sollte damit bei Weitem angenehmer sein. Ich habe auf Reddit schon Post gesehen, dass einer getestet hat auf dem BTA. Im Durchschnitt von 60 bis 70, jetzt nur noch zwei Stunden gebraucht. Wenn wir aktuell schauen, sind es circa eine Dreiviertelstunde im Durchschnitt pro Level. Klar geht manche Level schneller, aber das kommt immer darauf an. Also jetzt geht es nur vom Questen aus. Klar geht manche Level schneller, manche langsamer. Aber das ist halt normal. Das kommt immer darauf an, wo du gerade im Gebiet unterwegs bist. Wie viele Quests du gerade abschließen kannst. Aber im Schnitt kannst du sagen, zwischen 30 und 45 Minuten brauchst du im 60 bis 80er Bereich, was natürlich sehr sehr lange ist. Im Vergleich vom 1 bis 60 Bereich, wo du zwischen 5 bis 15 Minuten pro Level brauchst. Da sieht man halt den massiven Anstieg und das wird damit ein bisschen ausgehebelt. Level dann 80 bis 90 wäre eigentlich fein gewesen. Oder generell 80 bis 110 ist komplett fein momentan, so wie es jetzt am Live-Server ist. Aber das wird auch nochmal genervt. Das Witzigste fand ich, ich meine von mir aus 80 bis 90 können sie nerven. Du spielst ja, jetzt ist es gerade nicht ausgegangen, dass du mit Yarl Level 90 wirst. Jetzt kannst du wahrscheinlich von 80 bis 90 einfach Yarl gehen und das ist direkt alles fertig dann. Das heißt, noch weniger Gebiete ansehen von Kataklesen. Das einzige, was ich extrem verwunderlich fand, war EP-Nerfs für Warlords of Draenor und für Legion. Die zwei Gebiete, die von komplett WoW oder die zwei Addons, die in komplett WoW erstens einen extrem angenehmen Quest-Aufbau haben. Zweitens zahlreiche Nebenoptionen zum Leveln in Legion-Invasionen, in WOD, Bonus-Ziele und Schätze. Warum werden die so massiv genervt? Die wurden um 25% pro Level genervt. Du bist aktuell von 90 bis 100 im Draenor, brauchst du maximal eine Stunde. Wenn du alleine unterwegs bist, wenn du nur Bonus-Ziele und Schätze machst und natürlich Fliegen hast. Wenn du mit einem Freund unterwegs bist, der dich rumfliegt und dir die Bonus-Ziele auch noch cleart, dann dauert es ca. 30 bis 45 Minuten aktuell. Danach haben wir nochmal 25% pro Level weniger. Das heißt, ein Viertel von der EP-Leiste weniger pro Level. Das ist halt krank. Bis seit 15 Minuten tue ich in Draenor dann oder was. Du machst ein Bonus-Ziel im Frost-Feuergrad und dann bist du erstmal drei Level abgefüllt. Also das ist ein Nerf, was ich halt einfach überhaupt nicht verstanden habe. Ich meine, natürlich wollen sie, dass die Spieler schnell auf der Maximalstufe sind, aber trotzdem. Ich meine, man kann es auch übertreiben, sagen wir mal so. Es soll halt einfach alles auf dem gleichen Stand sein, oder nicht? Es soll sich nie anfühlen, als wenn ich für ein Level länger brauche, als für das andere, oder nicht? Außer halt vielleicht bei aktuellstem Content, also jetzt BFR-Questgebiete zum Beispiel. Wenn ich jetzt also sage, ich gehe irgendwie, ich weiß nicht, von 1 bis 10, von mir aus ein bisschen weniger, aber dann von sagen wir 10 bis 11, sollte gleich lange dauern wie von 81 bis 82. Also es sollte immer von der Länge her irgendwie gleichbleibend sein, dann kommt es einem auch nicht so langwierig vor. Aber dazu müssten sie halt die Questgebiete anpassen und das ist wahrscheinlich momentan einfach zu viel Arbeit oder Arbeit, die sie gerade nicht investieren wollen oder können. Aber, ja gut, vielleicht irgendwann in Zukunft, ich kill die hier so schnell, die haben so wenig HP, man. Letztens festgestellt, dass in Draenor die Mobs teilweise mehr HP haben als sogar in BFR, was sehr, sehr witzig, oder mehr gleichbleibende HP haben wie in BFR teilweise Gegner. Sehr, sehr witzig, das Balancing dort. Bin gespannt, wann das mal behoben wird noch. Das wäre was, was das Leveln dort auch noch bei Weitem angenehmer machen würde, vor allem das Questen. Äh, Questen in Draenor mag ich aber eigentlich. Questen in Draenor geht, ich meine, du hast in Draenor halt diesen Weg, der extrem schnell geht, also Bonus-Ziele und Schätze, aber Questen geht genauso schnell in Draenor. Das einzige Problem ist, dass die Questgegner auf einmal so viel HP haben und das dadurch extrem merkwürdig ist, das Ganze durchzurennen. Und ich weiß nicht, ob das mit Flugpunkten jetzt behoben wurde, aber eine Zeitlang ist mein Draenor mit den Flugpunkt, wenn du von Flugpunkt zu Flugpunkt fliegst, bist du einfach durch alle Berge durchgeflogen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Da wäre irgendein kleiner Fehler drin, glaube ich. Oh, und wir sind schon Level ab. 103. So, wir haben schon wieder unsere erste Stufe gemacht hier in der heutigen Folge, wobei viele Quests haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich meine, wir haben gerade erst angefangen und sind genau in so ein Mittelstück drin eingestiegen, wo es jetzt nicht allzu viel gerade zu erledigen gibt. Oh, das kriegen wir mal. Aber das ändert sich hier vorne gleich. Da kriegen wir nämlich massiv viele Quests. Wir kriegen ja noch 1600 EP pro Quest-NPC. Ja, Quest-NPC pro HP, die wir hier legen. Das ist eigentlich gar nicht wenig für die Anzahl NDP, die wir brauchen hier. Das ist einer der wenigen Quest, die ich gar nicht mag hier. Dieses Verteidigen. Vor allem, es wäre angenehmer gewesen, wenn sie irgendwie mithilft. Aber sie versucht hier halt Informationen herauszufinden. Egal, jetzt können wir nach oben fliegen. Ich glaube nicht, das gab man normalerweise oben ab. Weil das Fragezeichen wird unten angezeigt, aber sie sitzt normalerweise eh wieder oben in der Höhle drinnen. Oder? Zumindest steht sie hier schon mal. Schauen wir, sonst müssen wir das unten fix abgeben. Aber mir kommt es raus hier. Das ist hier oben angenommen, oder? Ne. Okay, dann gehen wir nochmal zurück runter. Zur dunklen Seite des Mondes. Ah ja, okay. Das habe ich komplett vergessen, dass man das hier abgibt. Gellene Sternen sagen Zuflucht zurück. Okay. Ich habe es auch schon im Livestream erzählt. Und zwar, ich level ja momentan gerade im aktuellen Patch. Also jetzt gerade im Live-Server, level ich ja gerade mein Dunkle-Istenswerk von 1 bis 100 oder von 1 bis 20 bis 110 für die Heritage Armor. Also für die Rüstung und für das Achievement. Und ich record das alles dabei. Ich mache mir nur Notizen. Von daher die Zahlen von vorher, also wie lange ich pro Level im Durchschnitt brauche. Ich shoppe das bei jedem Level genau mit. Und mache dann so ein Vergleichsvideo. Ich habe im Stream nämlich schon gefragt, ob ich dann ein Vergleichsvideo einfach machen soll. Wie viel schneller das dann im Allgemeinen einfach ist. Wenn man halt, also so, ja, einfach ein Vergleichsvideo an sich halt. Wo ich zeigen kann, wie lange ich vorgebraucht habe und wie lange ich dann nach dem Patch brauche. Was ich mache bei dem Zwerg ist, oder generell was ich mache, ist, ich mache immer den gleichen, die gleiche Art und Weise. Das heißt, ich gehe keine Instanzen, ich mache keine Bonus-Ziele oder sonst irgendwas. Sondern ich gehe einfach nur Questen die ganze Zeit und schaue einfach, wie lange ich mit einer Methode alleine brauche. Im Durchschnitt, um Level abzuschließen. Einfach damit es immer gleichbleibend ist. Und dass die Zahlen in irgendeiner Weise was aussagen, sagen wir so. Geht hier ran, wir kommen. In der Zwischenzeit können wir hier noch das Bäumchen kehlen. Weil wir sind hier eh gerade bei dem Bonus-Ziel unterwegs. Da können wir das nämlich gleich nebenbei abschließen. Ich fand das schon von Anfang an immer merkwürdig, warum da drüben Bonus-Ziel ist. Weil man geht eigentlich rechts rein und nicht links rüber. Aber ich meine, es lädt wieder ein, das da drüben zu erkunden. Also warum auch nicht. Das können wir noch abgeben. Warum reite ich jetzt, wenn ich fliegen kann? Kurze Zwischenfrage. Natürlich ist immer von Vorteil, wenn man halt Fliegen freigeschaltet hat. Aber das ist halt ein Ding, das Fliegen dauert halt auch nicht mehr lange. Es hat halt in Legionen generell an sich auch schon nicht lange gedauert. Wenn man erst mit dem Patch eingestiegen ist, wo man Fliegen bereits freischalten konnte. Also mit, wann war das? 8-2, 8-2, 5? Ah, 8-2, 7-2, 7-2, 5 oder so irgendwas. Ähm, dann konnte man das halt in zwei Wochen alles durch abschließen. Vor allem, du kannst den meisten Ruf sogar komplett AFK farmen. Weil in Legionen kannst du einfach diese... Ähm, wie heißt es nochmal? Die... Die, ähm... Die Ohrenzahlen-Missionen. Ja, das ist mir einfällt, Alter. What the fuck? Die Ohrenzahlen-Missionen kann man abschließen dort die ganze Zeit. Da gibt es ja die Missionen für Ruf. Man kann seine Anhänger im Item-Level pushen. Umso höher die im Item-Level sind, umso besser die Ruf-Missionen, die man dort auch kriegt. Und eine Ruf-Mission gibt dann, ähm, eine Ruf-Marke. Ähm, teilweise zwei. Oder wenn du Anhänger hast, die eine höhere Item-Level-Stufe haben, gibt es teilweise zwei Ruf-Marken. Einfach so, also 2x250 Ruf. Plus, man kann, ähm, die Prozent auf 200% pushen. Das heißt, wenn man anstatt 100-200% Chance hat, das abzuschließen, dann kriegt man die Bonus-Kiste bei den Ruf-Dingern. Und da sind nochmal Ruf-Marken drin. Die Ruf-Marken sind, für Nachtsüchtige sind sie nur 750 Ruf. Für alle anderen Fraktionen sind sie 1500 Ruf. Äh, da frage ich mich halt, wie man überhaupt noch Zeit brauchen kann, diese Fraktion nach oben zu pushen. Weil man kann es halt einfach komplett AFK-Farm, ohne dass man irgendeinen Aufwand hat dabei. Ich meine, die Quest-Gebiete aus-Questen ist halt jetzt wirklich kein Ding mehr. Dass man da halt mit 120 ganz schnell durchrascht und hat alle Quest-Gegner one-hitted. Selbst ich beim Level one-hitted ja alles einfach. Selbst da dauert es schon nicht lange. Also da gibt es echt keine Ausreden mehr, warum man das halt nicht hat. Das gleiche gilt für Draenor auch. In Draenor kannst du alternativ einfach den Ruf kaufen. Ähm, es gibt ja in Draenor die Medaillons der Legion. Die kann man alternativ auch farmen. Im Tananchong, da gibt es vier Rare-Mobs, die immer spawnen. Da kann man sich den Ruf dort holen. Ähm, und der Alternativ, ähm, ja, die haben eine Chance, dass sie die Medaillons droppen. Ich glaube, so 10% oder was. Und die geben 1000 Ruf pro Stück. Kannst du ja einfach im AH kaufen. Kosten allerdings ein bisschen mehr. Ich glaube teilweise so, äh, 15.000 Gold pro Stück. Ich meine, es ist teuer, aber man kann es sich halt einfach kaufen in dem Sinne. Wird allerdings bei Weitem billiger jetzt. Die Medaillons sind dann irgendwie gar nichts mehr wert. Denn wir kriegen ja mit 8.1.5, kriegen ja Warlords of Draenor Time-Walking. Und wenn es Time-Walking gibt, tausendprozentige Sicherheit, dass wir uns dort die Rufmarken kaufen können für die Time-Badges. Und dann kann man sich dort alternativ das auch noch boosten. Und da man sie dann einfach kaufen kann, senkt das natürlich bei Weitem die Wertigkeit von den anderen Medaillonsen. Die werden dann halt auch massiv im Preis fallen, aber werden dann auch nicht mehr so viele drinnen sein. Weil, wozu farmen, wenn es die anderen dann gibt, ehrlich gesagt? Bin ich auf jeden Fall, äh, schon mega gespannt. Bin generell gespannt, ob man die neuen Mounts, die ich halt letztens in dem Video gezeigt habe, ob man die für die Marken kaufen kann. Weil ich genug Marken hätte ich eigentlich, um da irgendwie gleich mal alles fertig zu machen, ehrlich gesagt. Weil ich habe jetzt, ich meine, ich glaube mit dem waren wir halt keine Time-Walking. Oder doch, wir haben sogar 200 Marken hier. Genau, am Priester habe ich 7.200. Und der Wari hat 3.500. Das heißt, wenn 5.000 ist, komme ich noch locker hin mit dem Wari, weil ein paar Time-Walking-Events haben wir bis dahin noch. Und einmalig Time-Walking gehen, das gibt ja immer die 500 Dinger zum Abgeben einfach. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Das heißt, ich hole mir halt die 500er Dinger. Und die spare ich dann halt einfach immer. Das gleiche gilt für den Dunkelmond-Jarmarkt. Wenn ihr beim Dunkelmond-Jarmarkt irgendwie schon Marken habt, einfach aufbehalten. Außer ihr braucht jetzt noch Sachen. Wenn ihr allerdings schon alles geholt habt, Marken sparen. Denn mit 8.1.5 kriegen wir ja auch den Rollercoaster. Und da gibt es sicher, da gibt es zu 100% auch wieder irgendwas, was man sich kaufen kann für die Marken. Seilspielzeuge, Transmog oder auch vielleicht ein kleines Reittier oder sonst irgendein kleines Gimmick. Da ist es immer gut, wenn man diese Lose hat. Und die Seefahrer-Tublonen. Genau, die Seefahrer-Tublonen von Insel-Expeditionen aufbehalten. Man könnte nicht mehr ausgeben für irgendwelche Damage-Buffs. Sondern einfach jetzt vielleicht schon Farm, wenn man Spaß hat, wie ich an Insel-Expeditionen. Kann man die behalten und kann sich mit 8.1 dann beim Händler ein paar Sachen kaufen. Wie Pets, ein Mount und so weiter. Oder zwei Mounts, glaube ich. Waren sogar einmal so ein Vogel und einmal was anderes. Der Vogel ist so eine Art, so ein Adler. Wie man aus Woldun kennt. Auf Seite der Horde, wenn man im Flugmeister fliegt dort. Da fliegt man öfter mal auf so einen komischen Adler-mäßig, so ein Arsgeier-mäßiges Ding. Das kann man sich dort kaufen für die Münzen nochmal. Für 1.000 Stück. Ich meine Münzen werden sicher ein bisschen mehr droppen auch. Aber so sieht es vorerst aus. Es ist auf jeden Fall cool, dass man da Dinge hat, dass man das farmen kann. Wobei ich glaube auch nicht, dass so viele Münzen droppen. Ich glaube das 1.000er soll schon ein bisschen seltener sein. Das eine kostet 500. Und die kleineren Sachen kosten glaube ich so 100 Marken oder sowas um den Dreh. Und wenn man mehrere Chars hat und dort ab und zu Cap holt, dann hat man eigentlich relativ viel von den Marken. Ich glaube ich habe auf jedem Char jetzt schon 30 Stück sowas um den Dreh oder mehr. Und das obwohl ich mir eigentlich immer diese Damage-Buff-Sachen gekauft habe. Also glaube ich nicht, dass wir da so lange farben dran. Vor allem Insel-Expeditionen werden bei Weitem angenehmer. Haben wir schon getestet letztens im Stream. Sehen bei Weitem angenehmer aus. Spielen sich angenehmer. Einer der gravierendsten oder einer der besten Changes bei den Insel-Expeditionen ist, dass die Mobs nicht mehr so random rumstehen. Also Vorstand einfach überall ein Gegner bei der Insel. Du bist nirgends zwischendurch gekommen ohne alles zu adden. Jetzt ist alles auf so kleine Hubs aufgeteilt. Das heißt, wenn du durchreitest, kommst du auch auf einem Weg durch ohne alles mitzunehmen. Es sind mehr verschiedene Gegner, mehr verschiedene Events die stattfinden und so weiter. Es spielt sich bei Weitem angenehmer als es jetzt ist. Wobei ich sagen muss, ich mag Insel-Expeditionen jetzt auch. Das einzige, was halt demotivierend ist, ist halt, dass nicht zu 100% immer irgendein Item drinnen ist. Also es muss jetzt kein Item sein, das man braucht. Sondern es kann natürlich auch sein, Items die man doppelt hat. Jedes Mal einen Münzenbeutel oder sonst irgendwas. So, dass man jedes Mal irgendwie mit einem Reward rausgeht. Dann fühlt es sich nochmal bei Weitem besser an, würde ich persönlich sagen. Aber gut, das werden wir noch sehen, ob sie da noch nacharbeiten. Da gab es ja auch letztens noch ein Statement dazu. Dass da noch ein Statement dazu kommt zu den Insel-Expeditions-Rewards. Denn sie haben sich ja dazu geäußert, dass sie nicht wollen, dass Leute immer irgendwie Insel-Expeditionen nur machen. Also quasi absichtlich Insel-Expeditionen verlieren, um an Loot zu kommen. So, dass sie halt diese ganzen Events und alles mitmachen können. Die höchste Priorität sollte immer sein, so eine Insel-Expedition zu gewinnen. Das heißt, sie switchen oder sie ändern da sicher irgendwas am Loot. Wobei sie auch geschrieben haben, sie wollen trotzdem, dass es möglich ist, den Loot quasi zu targeten. Also sich die Möglichkeit zu schaffen, dass man halt nach gewissen Items farmt, die man haben will. Finde ich auch sehr angenehm, wenn sie daran oder wenn sie dieser Meinung sind, sagen wir mal so. Weil das ist ja im Endeffekt auch das, was wir wollen. Wäre ja auch wieder Schwachsinn, wenn du dann zwar jedes Mal ein Item kriegst, aber dann keinerlei Möglichkeit hast, irgendwie zu bestimmen, was du als nächstes kriegst. Oder zumindest darauf zu hoffen, dass du irgendwas aus dem richtigen Loot-Table kriegst. Wenn ich sage, so wie es aktuell ist, ich lege halt die ganze Zeit nur Yetis. Dann habe ich halt zumindest die Chance, dass ich einen Yeti-Mount ziehen kann. Und so in der Art soll es dann auch mit dem neuen System sein. Auch wenn man halt dann darauf abzielt, dass man halt die Insel-Expeditionen gewinnen will immer. Weil jetzt macht es ja keinen Unterschied. Wenn du jetzt Insel-Expeditionen gewinnst oder verlierst, das macht für deinen Loot einfach gar keinen Unterschied. Du kannst trotzdem immer Beute ziehen, egal ob du verlierst. Beim Mount habe ich zum Beispiel BVP-Insel-Expeditionen gezogen, wo wir verloren haben. Also das spielt einfach keine Rolle. Und was auch noch drin stand in dem Bluepost ist, dass höhere Insel-Expeditionen in Zukunft auch höhere Chancen haben, sollen Loot zu gewähren. Das heißt, dann haben wir alle Fixes zusammen, die zusammen gehören. Ich habe letztens noch einen Tweet rausgeballert im Stream. Könnt ihr gerne auch nochmal retweeten oder liken. Zwecks den Warfront-Sachen. Warum es in den Warfronts nicht möglich ist, wie auf Argus damals, von den Rare-Gegnern und Co. den Loot zu traden. Weil zum Beispiel, ich org gerne mal im Livestream diese ganzen Rares zum legen halt in Arati. Und dann ziehe ich halt irgendwie ein Mount-Doppel, das ich schon habe oder Toys oder Rüstung, die ich nicht brauche und sonst was. Und ich kann es nicht traden, was ich nicht verstehe, warum das in der Gruppe nicht geht, obwohl ich bessere Items besitze und so weiter. Also da müssen sie auf jeden Fall auch noch was machen, weil das ergibt einfach gar keinen Sinn, warum das nicht möglich sein sollte. Gerade sowas ist halt ein cooler Outdoor-Content, wo es halt dann möglich ist, dass man zwischen den Leuten halt ein bisschen Sachen hin und her schaffelt, sodass halt jeder irgendwie da was davon hat. So, das kennen wir auch schon alles. Die gute Ysera wurde hier verdorben. Jetzt nehmen wir diesmal ein Relics, das ich auch socklen kann. Finsteres und Eisernes. Finsteres, da war ein Finsteres. Finsteres, das gibt mir bloß 4 Item-Level. Dann nehmen wir das hier schon mal an. Und dann, bam, können wir das hier socklen. Dann ist mein Item-Level nämlich in der Waffe nochmal höher und mach mehr Schaden damit. Das können sie auch noch ändern auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, warum man den dritten Relics-Slot halt quasi 110 sein muss. Warum ist der nicht beim Leveln freigeschalten einfach? Oder Gegenfrage, warum ist es mir beim Leveln möglich, ein blutiges Relics auszuwählen für die einzige Waffe, die ich gerade habe? Also jetzt, wenn ich nur eine Artefakt-Waffe freigeschalten habe. Warum kann ich dann überhaupt ein blutiges Relics auswählen, wenn ich es gar nicht benutzen könnte während der Level-Phase? Also das ist auch noch irgendwie was, das sie irgendwie nochmal eventuell fixen sollten. Ich glaube, mein Kopf ist in ihr drinnen. Was ist das halt? Das, ja, da kriegt man glattbar nichts. Da kann man glaube man einen Screenshot machen. Der ist hier ein bisschen zu nah. Und die abgedateten Worgen-Modelle haben wir auch schon gesehen. Zumindest die ersten paar Screenshots davon für 8, 2, 5. Also ist zwar noch weit weg, aber im Laufe des Addons kriegen wir dann noch unsere neuen Worgen und unsere neuen Goblin-Modelle. Und dann sieht der Worg hier auch bei Weitem schicker aus und nicht mehr so verpixelt, so wie es jetzt ist. Dass diese Haare so komisch irgendwie, zum Beispiel die Haare hier, die wirken als würden sie gar nicht zu meinem Kopf dazugehören. Die stehen einfach so komplett unrealistisch auf der Seite raus. Aber wissen wir schon, dass das alles behoben wird, was ich natürlich sehr, sehr geil finde. So, jetzt können wir den hier erstmal komplett blieben. Dann mal vergiften, mal Vendetta und dann ballern. Boah, die droppt aber ordentlich. Nein, die hat noch einen gekillt. Die kommt dazu gar nichts. Die ist halt so schnell tot. Oh, helfen die mir? Ne, achso. Das geht hier direkt in die Cutscene über, oder? Ne, ja doch. Ich prügelt mich noch fast tot, aber geht in die Cutscene über. So, wir haben das Gebiet eigentlich schon fast durch. Wir haben nur noch den letzten Hub unten und dann sind wir eigentlich schon fertig hier. Weil wir haben nur noch das hier unten, neben der Rabenwehr. Die Quest rein, ah, die Quests da unten bei der Rabenwehr mag ich eigentlich mega. Und dann hätten wir hier auch noch eine Dungeon-Quest, die wir eventuell machen. Die Dungeon-Quests in Legion, die lohnen sich verdammt. Krass. 191.000 EP nur für die Quest an sich im Dungeon. Zum Vergleich brauchen wir 675.000 für einen, äh, für ein Level. Also, wir machen gut ein Drittel vom ganzen Level nur mit der Quest alleine plus den Abschluss von der Instanz. Ich meine, man könnte random anmelden und hoffen, dass man reinkommt. Vier Instanzen auswählt, dann wären es nochmal 92.000 plus die EP, die man drinnen kriegt. Ähm, weil gerade für Instanzen Abschluss kriegt man ja auch immens viel. Das ist ja alles auf dem Endboss geschifftet. Da kann man dann einfach den Endboss killen und dann kriegt man dort wahrscheinlich auch nochmal so um die 100.000. Das heißt, es ist ein gutes Level, was man macht, wenn man in eine Instanz geht in etwa. In einer Instanz mit einer Gruppe, die halbwegs was drauf dauert. 10 Minuten, 15 Minuten, Maximum. Äh, warte, habe ich nicht gerade was angenommen? Habe ich mir das gerade eingebildet? Oder musste ich oben die Quest annehmen? Ich glaube, ich muss oben die Quest annehmen, bevor ich hier runter gehen darf, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die sind mir hier nicht gerade, die stehen mir hier gerade nicht freundlich gegenüber. Ich glaube, wir brauchen oben noch, weil da liegt so ein Verwunder da nämlich irgendwo rum. Ich glaube, das müssen wir oben ganz fix looten, sonst mögen die mich hier nicht. Aber ich mochte die, ah genau, hier. Ähm, ich mochte jetzt schon immer die Questreihe da unten, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ist das mega angenehm mit der, mit der Oma, die einem die Raben runterschießt. Da ist auch so ein kleiner, ähm, Hund eingesperrt in den Flammen, wer der nicht kennen. Kann man sich das Pet holen? Das haben glaube ich viele noch gar nie realisiert, weil es nicht auf der Karte angezeigt wird, sondern man kann einfach durch dieses brennende Haus durchgehen und oben in dem Haus ist der Hund drinnen. Kann ich euch glaube ich mal zeigen, wenn wir die Quest denn hier gerade kriegen. Dann kann man das hier annehmen, dann nehmen wir einmal das hier, dann haben wir schon unsere zwei. Genau, dann kriegen wir da vorne bei der Oma noch die Quest. Wo wir hier supporten müssen. Genau, da ist die Muttchenmahl, die kennen wir ja noch von der Challenge. Zielhilfe, rette den Mais, wo kommt das jetzt her? Ach, die farmt hier Kräuter oder was? Der Mais wird gerettet. Und kleiner Funfact, man kann die hier anschießen mit dem Licht. Wenn sie dann nicht ein Kilometer weit wegfliegen, kann man sich noch anwerfen und dann zählen sie nämlich auch als Feinde, die man dort tötet. Das heißt, da kann man gleich dafür sorgen, weil sie one-hitted die ja und dann zählt es gleich für die zwölf Gegner, die man hier killen muss. Das macht es natürlich noch mal leichter das Ganze hier oder schneller. Das sind halt alles so kleine Gimmicktricks, die noch mal dabei helfen, dass man halt ein bisschen schneller levelt meistens. Alles so Kleinigkeiten, auf die man achten soll. Generell bei Quests, wo das der Fall ist, dass der NPC die dafür killt und man die auch noch zusätzlich für irgendwas braucht, dann funktioniert das eigentlich immer. Oh. Gut, ist immer wenn man vormarkiert und dann schießt. Also dann wirft oder sonst irgendwas. Raben brauchen wir gerade noch einen. Ich meine wir sind relativ fix beim killen, das heißt wir müssen das eigentlich nicht unbedingt machen, aber wir können hier ihn ganz fix zerstören. Dann vorne können wir einmal die Quests annehmen, wo wir den Ding noch killen müssen. Ich glaube ein Level geht sich locker noch raus gerade, vor allem wenn wir die Quests hier ganz fix noch durchrushen. Die Feinde haben wir hier so schnell erledigt nämlich. Eins. Können wir gleich auf den hier gehen. Der andere stirbt halt eher an den Giften alleine gerade. Hahaha. Die Gifte ticken für 233 bis 200 irgendwas und er hat halt 2300 HP, man. Das ist halt schon der aber Dot Damage. Dann können wir einmal den hier noch zerstören und dann gehen wir uns schon mal nach oben, weil oben müssen wir sowieso einen Hund töten gleich. Dann ein kleiner Fun Fact noch. Hier kann man den hier killen, der droppt nochmal eine Quest. Patrouilliert hier mal auf und ab. Hier mal Vergift machen. Oh. Wir schwören sich nochmal gerade in ihren Raben. Gerade, dass es halt noch ausging. Na gut, den One mit noch auch. Dann kriegen wir hier dieses Siegel. Das können wir nochmal annehmen. Es sind zwar nicht viel AP, aber ist nochmal ein bisschen was. Da haben wir den Hund, den ich vorher gemeint habe. Den können wir nämlich hier killen. Und wenn man hier reingeht, in das Haus, in das brennende, dann läuft man hier ganz schnell nach oben. Man kriegt hier nämlich Schaden. Und dann haben wir hier den guten Brummer. Und den guten Brummer, den können wir hier befreien. Quest Band kriegen wir nochmal 2400 TP und wir kriegen Brummers Leine. Das heißt, wir kriegen ihn als Haustier. Können wir also hier nochmal ein Pad abholen, wer den vielleicht noch unbedingt haben will. Wer hat den letztens nämlich hier auch geschickt. Deswegen ist mir das nochmal gerade eingefallen, dass wir den noch holen können. Schätzle haben wir ja auch. Ich glaube, da kriegen wir jetzt auch Erfahrung für, oder? Ne, für manche Schätze gibt es nämlich jetzt Erfahrung auch. Dann die gute Benelope können wir hier befreien. Und sonst brauchen wir eigentlich nur noch zur Angelstelle. Und müssen auch den Geier vorne legen. Und ich glaube, das sollte dann auch schon wieder unser Level Up sein. Abgeben tun wir gerade noch nicht. Das ist wieder ein Umweg. Genau. Können wir das hier annehmen. Das andere auch abgeschlossen. Und dann brauchen wir noch einen guten Rott-Schnabel. Rott. Weil er verrottet. Was ist diese große Mücke, Alter? Stell dir vor, sowas sticht ich, Alter. Sowas saugt sich an deinem Arm fest. Da kriegst du das nie wieder runter. Dieses Rabenkopf. Nein, jetzt sieht man ja nicht mehr. Steht Quest halt im Sinn ja nicht mehr im Inventar, Mann. Und wenn man das hier abgibt, kriegt man, glaube ich, normalerweise, oder kommt normalerweise Nomi angerannt. Oh, ein Epic Ring, den ich nicht brauche. Normalerweise, wenn man diese Rezepte kriegt, kommt Nomi angerannt. Nomi, by the way, hat auch wieder einen kleinen Auftritt im 8.1. Da gibt es irgendwie so ein Koch-Duell oder so irgendwas. Irgendwas habe ich gelesen, aber das konnte man bisher noch nicht testen. Da will ich noch sehen, was das ist. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es sind so viele kleine Features, allen in 8.1 drin, die halt nicht unbedingt gelistet werden überall. Genau, dann können wir das hier abgeben. Dann haben wir die Signette haben wir noch. Dann können wir hier noch einen Gurt holen. Der ist 3%, wobei die Handschuhe sind bei Weitem besser. Oder Armschienen. Uh, Epic Upgrade. Jetzt aber haben wir Lacken ohne Ende. Dann können wir das hier abgeben. Kleiner Fun-Fact. Man muss ihn zwar anreden, kann hier aufmountain, kann dann direkt runter springen, kann dann aufs Flugmountain gehen und einfach rüberfliegen. Dann ist man einfach tausendmal schneller, also wenn man mit ihm tatsächlich rüber reitet. Das ist nochmal ein kleiner Trick. Das sind alles so Kleinigkeiten, um gewisse Dinge zu skippen. Aber das ist halt alles. Das sollte man halt irgendwie kennenlernen einfach. Weil er steht nämlich schon hier. Und dann kann man hier direkt wieder abgeben gehen. Kann man hier direkt alles beenden. Können wir hier nochmal mit ihm reden. Können wir nochmal 24.000 EP. Auf Maievs Spuren. Die Typen töten. Ein Bonus-Ziel machen. Sprinten wir hier nach draußen. Ich sage, Legion ist so angenehm zum Questen machen. Es ist so herrlich. Schauen wir mal, ob wir beim nächsten Mal nochmal eine Invasion finden. Invasionen mache ich immer mit, wenn wir denn gerade zufällig irgendwo eine finden. Den hier können wir ganz fix zerstören. Den hier können wir mal bledigen, vergiften. Wenn wir gerade zufällig irgendwie eine Invasion kriegen. Wenn ich gerade recorden gehe, dann mache ich die natürlich mit. Und die Instanzen können wir auch öfter machen mit der Community. Habe ich auch natürlich immer Bock, dass man da irgendwie zusammen Instanzen rennen. Das hat letztens nämlich mega Bock gemacht mit Magier. Da können wir uns das getrost ansehen. Oder beziehungsweise getrost die Instanzen rushen. Macht nämlich extrem Spaß halt auch. Wenn man da ein bisschen zusammenspielen kann. Da könnt ihr euch einfach, wenn ich suche, wenn da suche ich mein Discord. Discord Links und so weiter sind alle irgendwo unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne immer melden, wenn ich denn suche. Okay, sagen wir mal so. Müsst du schnell sein. Meistens sind Tanks und Trailer gebraucht. Die Ds sind immer da ohne Ende. Das können wir auch zerstören. Das Bonus-Ziel nehmen wir natürlich immer mit. Das sind 71.000 EP komplett for free. Weil wir sehen schon wieder, wie schnell das einfach nach oben rusht die Leiste hier. Im Gegensatz zu BFA, wo alle Bonus-Ziele und Co. immer so extrem lange dauern. Wobei war bei Legion nicht anders am Anfang. Man erinnert sich ganz düster an Sturmheim. An die Pforte, ganz vorne vor der Instanz. Da hat das Bonus-Ziel irgendwie, wenn man es zum ersten Mal abschließt. Danach bei der World Quest ging es überschneider. Wenn man es zum ersten Mal abschließt, hat das so lange gedauert. Das war so unnötig irgendwie. Oh, da haben wir was vergessen. Wenn der da geht raus, kicken können wir ihn auch nochmal. Dann geht er hier schon an den Dots normalerweise drauf. Können hier nochmal den Brief looten. Alles nebenbei schon mitgenommen. Dann immer für die Gegenstände gehen. Die Gegenstände geben meistens ein bisschen mehr Prozent. Nicht immer, aber meistens ein bisschen mehr Prozent als alles andere, was man hier so quasi zerstörtöten kann oder anreden kann. Deswegen nehmen wir hier alles mit, was wir kriegen können. Was extrem viel EPG oder Prozent hier gibt, ist wenn man die Dinger hier runterschießt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt komplett deaktiviert haben, aber diese Basilisken barken extrem rum. Die schießen manchmal in gar keine Richtung. Also weder nach oben noch nach unten, sondern einfach auf sich selbst. Also es kann ein bisschen verwirrend werden dann. Vor allem das schrottet sich dann halt einfach. Die waren aber schon seit Anfang an irgendwie barkt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Die wir vergiften. Wie viel geben die? Die geben drei Prozent. Das heißt, die sind gleich viel wert, wenn wir einfach hier ein Objekt andrücken. Ist also relativ gleichbleibend hier. Dann bauen wir noch die Gläwe. Wir brauchen noch den hier. Den hier bauen wir noch. Ich wollte den gerade raussuchen, aber dann kreuzt er hier schon ganz gechillt meinen Weg. Der macht die Archäologie oder was? Ich habe den Archäologie-Chiefments gefarmt. Ganz brav. Gibt der Prozent? Ich glaube nämlich nicht. Doch der Prozent. Okay. Warte, das war ein Relikt. Was war das? Ein lebendiges. Das kann ich nicht benutzen. Schade. Dann haben wir noch Maievs Klinge. Und da drü- ups, die müssen wir loten. Genau. Ich dachte, die müssen wir nur untersuchen. Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Jetzt brauchen wir hier nur noch ein paar von den Gegnern. Einmal den hier. Einmal den hier. Den können wir glatt zudotten. Oh. Die wollte ich nicht. Die wollte ich nicht. Zählt nämlich für nichts. Wirklich ein bisschen mehr HP als alles andere. Kann das sein? Ne doch nicht. Das macht ja nur den Anschein. Ist das wieder ein Ding? Ne. Ich dachte, wir kriegen gleich nochmal ein Relikt, das wir eventuell benutzen können. Und somit sind wir auch schon 104. Können wir vorne noch alles abgeben. Und dann lassen wir es vorerst hier gut sein. Haben wir schon wieder 2 Level gut gemacht, diese Folge. Ich bin schon so gespannt, wie das ist mit den 25% Nerfs. Das wird so ein durchgerusht dann hier überall werden. Das ist ja da normal. Und jetzt bist du halt schon zu schnell. Egal. Jetzt lassen wir es hier gut sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr mir Ingame Post schicken wollt, auf diesem Charakter einfach auf Rexar oder Alerien einen Charakter erstellen und dann Quintex schicken. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Vergesst doch nicht mit meinen Social Media Netflix Folgen. Alle Links sind mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao. Das war so momenterend. Däumchen Was salah